Herr Präsident, meine Damen und Herren, da haben Sie, liebe Kolleginnen von der CDU, ja viele Buchstaben zu Papier gebracht. Die FDP hat sich ja jetzt noch angeschlossen. Und Sie schaffen es tatsächlich in einem unterschwelligen Tenor, und das haben Sie jetzt durch Ihre Redebeiträge auch noch mal unterstrichen, also Sie schaffen es tatsächlich, den Eindruck zu vermitteln, als würde unser Land von EU-Ausländern überschwemmt, die es hauptsächlich auf Leistungen aus unserem Sozialsystem abgesehen haben, natürlich ohne Gegenleistung zu erbringen. Ich möchte das denn doch mal ein wenig relativieren. Also, in 2014 sind rund 1,46 Millionen Personen nach Deutschland eingewandert, davon rund 630.000 EU-Bürgerinnen und Bürger. Im gleichen Zeitraum sind 914.000 Personen ausgewandert, und davon hatten 766.000 einen ausländischen Pass. Der tatsächliche sogenannte Wanderungsüberschuss beträgt also 550.000 Personen, und darunter waren etwa 312.000 Bürgerinnen aus der Europäischen Union, nämlich Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Italien, Spanien und Polen. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung sollten wir eigentlich froh sein über den Zuzug von Menschen und dem eher positiv begegnen, denn auch in 2014 sind mehr Menschen in unserem Land gestorben, als geboren wurden. Ihr Hinweis dann auch noch, und ich zitiere, dass Bevölkerungswachstum durch EU-Binnenwanderung hat sich trotz der hohen Flüchtlingszahlen nicht abgeschwächt, muss ich ganz ehrlich sagen, das dient doch wohl eher der Verwirrung, als dass es Sinn ergibt. Bei Ihrer Auflistung von Gerichtsurteilen, und da gehe ich jetzt beispielhaft einfach nur auf das EuGH-Urteil des EuGH von 2014 ein, da verweisen Sie darauf, dass nach diesem Urteil Deutschland unter bestimmten Umständen Sozialleistungen versagen darf. Mehr nicht. Sie vergessen dabei zu erwähnen, dass hier nicht ein allgemeingültiges Verfahren befürwortet wird, sondern dass der EuGH grundsätzlich auch die Einzelprüfung verlangt. Ich halte das in dem Zusammenhang durchaus für erwähnenswert. Bei Ihrer Analyse, wer von den EU-Bürgerinnen und Bürger Leistungen nach dem SGB II erhält, beschränken Sie Ihre Aussagen nur noch auf Menschen aus Bulgarien und Rumänien. Und das Gleiche machen Sie, wenn Sie von Anspruch auf Sozialhilfe und den daraus resultierenden Folgekosten für die Kommunen sprechen. Das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist billige Stimmungsmache. Oder wollen Sie tatsächlich insbesondere und ausschließlich diese Angehörige oder Angehörige dieser Nation vom Sozialgesetzgebungs- oder Sozialrecht in Deutschland ausschließen? Das kann doch nicht wirklich Ihr Ernst sein. Der Antrag ist durchzogen von Unterstellungen. Zum Beispiel, dass da Menschen kommen, die gar nicht arbeiten wollen, die in unser Sozialsystem einwandern wollen. Also alles in allem Rechte-Virus. Und Ihre indirekte Forderung, das Land solle die Sozialhilfekosten der Kommunen tragen, kann nur abgelehnt werden. Ich verweise allerdings auf die Maßnahmen des Landes zur Unterstützung der von Neuzuwanderung insbesondere aus Südosteuropa betroffenen Kommunen. Hierfür stellt das Land bereits erhebliche Mittel zur Förderung von Maßnahmen im Gesundheits-, Schul- und Sozialbereich zur Verfügung. Das blenden Sie offenbar sehr gerne aus. Schließlich wollen Sie dann den Landtag beschließen lassen, dass er zur Freizügigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern innerhalb der EU steht. Ganz ehrlich, dafür bedarf es keines Beschlusses. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Denn gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir mehr und nicht weniger soziales Europa. Und dazu gehört auch, dass die europäische Freizügigkeit sozial flankiert wird. Wenn Menschen monatelang ohne Grundsicherung Arbeiten suchen müssen, ist das nicht nur sozialpolitisch äußerst problematisch, sondern es hebelt geradezu die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union aus. Genau das Gegenteil von dem, was Sie eben gesagt haben. Überlegenswert wäre, dass nach einem Aufenthalt von drei Monaten auch Arbeitssuchende aus der EU Grundsicherung nach dem SGB II beantragen können. Nur so können auch diese Personen alle Integrationsinstrumente wie Beratung, Vermittlung, berufliche und sprachliche Qualifizierung in Anspruch nehmen. Maßnahmen, die allgemein als Basis für eine erfolgreiche langfristige Integration in den Arbeitsmarkt und damit auch in die Gesellschaft gewertet werden. Tatsächlich dürfen die bereits heute überlasteten Kommunen, die die Sozialhilfeleistung nach SGB XII zu tragen haben, nicht noch mehr belastet werden. Die Unionsbürger, die nach einem Jahr den Kommunen sozusagen zuzuschieben, ist daher kontraproduktiv. Richtig. Besser wäre es, wenn die Bundesregierung eine tragfähige Lösung im Rahmen des SGB II finden würde. Das würde sowohl den Menschen, die sich innerhalb der EU bewegen, wie auch den Kommunen helfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und von der FDP, derart konstruktive Anträge oder Ansätze lassen Sie in Ihrem Antrag vermissen. Ihr Antrag wirkt im Gegenteil eher destruktiv und vor allen Dingen diskriminierend. Wir werden ihn deshalb ablehnen. Vielen Dank, Frau Kollegin, wenn Sie so nett wären. Hallo, Frau Kollegin, stolpern Sie mich. Vor Ende Ihrer Redezeit hat der Herr Kollege Kerkhoff den Wunsch geäußert, Ihnen eine Frage stellen zu dürfen. Ja, bitte. Hören Sie den Wunsch erfüllen? Frau Kollegin, vielen Dank. Ich wollte erst bis zum Ende zuhören. Sie haben ja im Gegensatz zum Kollegen Gabrecht sehr sachlich hier vorgetragen und haben sich solche Unverschämtheiten wie eben verkniffen. Dennoch möchte ich Sie fragen, sehen Sie denn nach dem Urteil keinen Korrekturbedarf in der Gesetzgebung und Gesetzanwendung? Denn die Probleme, die ja auf die Städte und Gemeinden zukommen, sind ja von denen entsprechend auch beschrieben worden. Ja, Herr Kerkhoff, schönen Dank für die Frage. Ich denke, dazu habe ich ja eben ausgeführt. Ich halte es schon für notwendig oder richtig, unsere Kommunen nicht noch mehr mit Sozialhilfeleistungen zu überfrachten, habe aber den Vorschlag unterbreitet, den meine Partei auch auf Bundesebene verfolgt, diese Menschen, denen, die hier zu uns herkommen, die Möglichkeit geben, im Rahmen des SGB II Integrations- und Unterstützungsmaßnahmen zu beanspruchen. Und ich glaube, das wäre der richtige Weg. Sie generell von unseren Sozialleistungen per se auszuschließen, nur weil sie aus Bulgarien und Rumänien kommen, das ist schlichtweg diskriminierend und das werden wir auf keinen Fall mit befürworten. Dankeschön. Dankeschön.